Ich bin euch ja noch eine Story schuldig bezüglich dem Erfolgstagbuch. Das habe ich ja zweimal großartig angekündigt und angekündigt. Ich habe das ja schon zweimal großartig angekündigt hier, dass ich darüber sprechen will, aber bisher nie die Zeit dazu gefunden. Ihr könnt aber auch mal in meinen Instagram-Feed gucken. Da habe ich inzwischen auch ein Foto gepostet dazu und auch einen langen Text dazu geschrieben. Das erklärt auch schon einiges. Ich habe mich gerade noch mal daran erinnert, woher ich das eigentlich habe. Die Idee ist nämlich nicht von mir. Vor genau zehn Jahren bin ich darauf aufmerksam geworden. Das Erfolgsjournal ist das ursprüngliche Buch von Bodo Schäfer. Ein Teil dieses Buches ist ein Sachbuch. Warum macht man das alles mit diesem Erfolgsjournal? Da geht es nämlich um Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Ein anderer Teil ist dann noch einfach zum Ausfüllen. Ich habe gerade mal geguckt auf Amazon. Das kostet 20 Euro. Ich kann jedem, der mit dem Erfolgsjournal bisher nichts gemacht hat, nur empfehlen, diese 20 Euro zu investieren. Und in dem Buch geht es auch noch ein bisschen tiefer mit Listen zu Fähigkeiten. Und auch so Sachen wie, wie hat sich mein Leben entwickelt vor zehn Jahren und heute. Das sind alles so Sachen, wo man sich Gedanken drüber machen kann und vielleicht auch mal sollte. Das ist alles in dem Buch drin. Aber auch ein Aspekt, den ich dann einfach übernommen habe. Und zwar, dass man sich jeden Tag mindestens fünf Dinge aufschreibt, die an diesem Tag gut waren. Und erzählen nicht nur so Sachen dabei, wie man hat eine gute Note geschrieben, sondern auch, welchen Tag habe ich bereichert, was habe ich lernen dürfen. Ja, und damit habe ich 2008 angefangen. Ich habe dann den Teil hier in dem Buch ausgefüllt. Und 2014 habe ich das Ganze dann fortgesetzt mit eigenen Notizbüchern. Falsch, 2013 habe ich angefangen und das dann bis heute durchgezogen. Und ihr habt gesehen, ich habe für die letzten vier Erfolgsjournale immer das gleiche Notizbuch benutzt. Und zwar benutze ich das Herletz MyBook Supergröße A5, hier eine Schlaufe auch für einen Stift. Und ich mag das absolut nicht, wenn in einem Notizbuch immer noch so viele Seiten leer bleiben. Die 96 Seiten passen perfekt für ein Jahr. So ein Notizbuch also mit 96 Seiten reicht mir immer für ein komplettes Jahr, wenn ich auf eine Seite zwei Tage immer verzeichne. So, und dann gucken wir mal, was ich hier am 27. Dezember als Erfolge aufgeschrieben habe. Ich habe vier Stunden an meinem Roman gearbeitet, ich habe aufgeräumt, ich habe gelesen, ich habe ein Facebook-Video erstellt, ich habe meinen Eltern Plätzchen gebracht. Wie ihr bei den Erfolgsfragen auch schon gesehen habt, es geht nicht immer darum, um die riesigen, großen Erfolge, die man vielleicht drei, vier, fünf Mal im Jahr hat oder so, sondern auch um die vermeintlich kleinen Dinge, die man täglich leistet. Aus dem Erfolgsjournal von Bodo Schäfer habe ich mir auch zwei Kopien gemacht, wie man das Erfolgsjournal benutzen sollte. Und die klebe ich mir dann einfach von Jahr zu Jahr immer in die erste Seite vom Notizbuch, um das mir immer mal wieder anzugucken. Scheuen Sie sich nicht, auch ganz banale, einfache Dinge zu notieren. Haben Sie jemanden glücklich gemacht, zum Lächeln gebracht, haben Sie einen Vorsatz ausgeführt, eine Arbeit zu Ende gebracht. Man sagt so leicht, ich tue doch nur, was alle anderen tun würden, aber Sie haben es getan. Und was an diesem Herletz-Mai-Book auch klasse ist, hier hinten ist auch noch so eine Tasche. Wenn man in dem Jahr irgendwie eine coole Zeit hatte, kann man da auch so Sachen wie Flugtickets oder Eintrittskarten reinmachen. Das ist auch immer eine schöne Erinnerung. Ängste, das ist auch so eine Sache. Wenn man eine Angst überwunden hat, ist das definitiv ein Erfolg. Bei mir ist das zum Beispiel immer dann der Fall, wenn ich mich mal getraut habe, Autobahn zu fahren. Ich hasse Autobahnfahren. So was schreibe ich mir dann auch immer auf. Oder zum Beispiel auch vor 200 Menschen im Nonnenkostüm auf der Bühne stehen. Das ist auch definitiv was, was man da aufschreiben kann. Ja, und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum, Benjamin? Warum soll ich das eigentlich machen? Warum soll ich mir jeden Abend fünf Dinge aufschreiben, die mir an diesem Tag gut gelungen sind? Das verrate ich euch jetzt. Kennt ihr das, wenn ihr abends im Bett liegt? Alles ist dunkel, alles ist ruhig. Ihr wollt eigentlich schlafen. Aber dann erinnert ihr euch an diese peinliche Sache, die vor zwölf Jahren passiert ist. Das ist so ein gutes Beispiel dafür, wie sehr sich negative Dinge einprägen, wie man das auch Jahre später immer noch im Gedächtnis hat. Und ich glaube auch mal gelesen zu haben, dass solche negativen Sachen einen viel größeren Reiz im Gehirn auslösen und das Gehirn auch irgendwie förmlich süchtig nach sowas ist. Und mit dem Erfolgstagebuch soll man sich einfach täglich bewusster darüber werden, was vielleicht auch an einem vermeintlich schlechten Tag gut gelaufen ist, warum es sich gelohnt hat, aufzustehen morgens, was man geleistet hat, wem man den Tag verbessert hat. Mir ist gerade ein gutes Beispiel eingefallen. Wenn ihr zum Beispiel auf einer Facebook-Seite einen Kommentar unter ein Posting setzt, dauert das für euch vielleicht 30 Sekunden und ist für euch vielleicht auch eine Kleinigkeit. Vielleicht gehört die Seite ja einem Künstler, der mit seiner Malerei gerade erst angefangen hat und sich noch total unsicher ist und ihr dem kommentiert habt, dass ihr das Gemälde richtig geil findet und schon ist das meiner Ansicht nach keine Kleinigkeit mehr. Es ist so ein bisschen wie dieser Schmetterlingseffekt, dass ein Flügelschlag von einem Schmetterling irgendwo auf der Welt einen Sturm auslösen soll angeblich. Ja, und so, dass halt auch solche Kleinigkeiten, vermeintlichen Kleinigkeiten, richtig viel bewirken können. Und zum Beispiel auch die Sache, dass ich morgens immer aufstehe um 5 Uhr schon und vor der Arbeit 2 Stunden schreibe, das ist für mich inzwischen schon normal. Aber ich schreibe mir das auch abends immer in mein Erfolgstagebuch und sehe das auch immer noch als Leistung. Wie bereits gesagt, mit dem Erfolgstagebuch werdet ihr euch darüber bewusster, was ihr täglich immer alles leistet, was ihr alles könnt, was ihr alles vielleicht auch Neues lernt und damit werdet ihr einfach selbstbewusster auf lange Sicht. Ihr dürft das Erfolgstagebuch jetzt aber auch nicht als Geheimformel sehen. Selbstbewusstsein ist auch eine recht schwankende Sache. Das habe ich auch schon in den letzten Jahren lernen dürfen. Mal ist man sicherer, selbstbewusster und dann gibt es mal wieder Phasen, wo man total unsicher ist. Aber probiert es doch einfach mal aus. Nehmt euch ein Notizbuch. Jeden Abend, wenn ihr euch ins Bett legt, schreibt einfach fünf Dinge auf, mindestens fünf Dinge, die an dem Tag super gelaufen sind, wo ihr super wart und guckt einfach, was passiert. Benjamin Spang, Autor, Dönerkonisseur, Life Coach. Ne, Spaß beiseite. Ich wollte euch das einfach nur mal vorstellen, weil ich das auch schon jahrelang jetzt mache und gute Erfahrungen damit gemacht habe. Und vielleicht ist das für euch ja auch was. Vielleicht könnt ihr damit auch gute Erfahrungen machen und bereichert irgendwie euer 2018. Also, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe,